Hey Leute, was geht und herzlich willkommen zur zweiten Staffel Jurassic Battle. Endlich ist es wieder soweit und die Dino-Kämpfe gehen wieder los. Ich wünsche euch viel Spaß meine Freunde. Die Regeln sind wie folgt, es treten diesmal drei Dinosaurier gegeneinander an. Der Dino, der als letztes überlebt, kommt somit ins Halbfinale. Hier blende ich dann mal die Tabelle ein der kommenden Folgen. Am 17.9. kommt ein großer Kampf mit allen Dinos die verloren haben, um nur eine letzte Chance ins Finale zu kommen. Die Preise, der Gewinner bekommt eine 10 Euro Card seiner Wahl. Der zweite Platz bekommt 50.000 Kanalpunkte und der dritte Platz bekommt 25.000 Kanalpunkte. Wie kann ich mitmachen, in jeder Folge wird ein VIP gezogen. Solltest du kein VIP sein, schreib einfach in die Kommentare, hashtag Jurassic Battle und sei mit wenig Glück in der nächsten Folge dabei. Ich wünsche alle Teilnehmern viel Spaß und viel Erfolg. So meine Freunde, kommen wir zum ersten Kampf. In der ersten Folge werden alle drei Dinos von VIPs übernommen. Der erste Dino für heute ist der Agro-Kantosaurus. Und wer es noch kennt von der letzten Staffel, werden die VIPs über das Glücksrad ermittelt. Das heißt, wir werden mal drehen und gucken mal, wer der erste sein wird für heute. Der erste Kandidat ist Ben. Herzlichen Glückwunsch, du bist dabei. Dann kommen wir gleich zum nächsten Dino. Das ist der Majung-Saurus. Auch hier einmal drehen. Bin gespannt, wer der zweite sein wird. Und es ist Einmal Charly, auch an dich. Herzlichen Glückwunsch. Und kommen wir zum letzten. Das ist der Scorpio Ventor. Auch hier einmal drehen. Wie euch auch schon aufgefallen ist, haben wir auch viele VIPs hier am Start. Auch sehr viele mit Geschenk-WiPs. Und es ist Add Ruhig Dailan. Dailan. Auch du, GG, bist dabei in der ersten Runde. Dann Leute, hole ich alle Dinos raus und wir sehen uns gleich wieder. Bis gleich. So meine Freunde, da sind wir. Alle Dinos sind so weit draußen. Hier haben wir einmal den Majung-Saurus. Und hier den Agro-Kantosaurus. Die werden auch als erstes kämpfen, wie es aussieht. Da hinten haben wir den Scorpio Ventor. Oh, er nimmt sich gleich den kleineren hier. Der Arme. Der Arme. Das Gute ist an den Dreierkampfen mal hier. Auch der Große kann verlieren. Wenn er jetzt ein bisschen schwächt und so. Und danach er gegen den hier kämpft. Kann er hier schlechte Karten haben. Das ist schon ziemlich gut. Wir schauen mal, wie es ausgeht hier. Oh, 45%. Majung-Saurus hat noch 61%. Aber wie es aussieht, werden sie gleich nochmal auseinander gehen. Andere pennt hier erstmal. Ich glaube, ihr werdet was müde. Ja, lassen wir mal ein bisschen eine Runde pennen. Auch gut. So, jetzt gehen sie auseinander. Okay, wir schauen mal. Wie sich das hier entwickeln tut. Wir müssen schauen. Bei dem Dreierkampf kann es natürlich auch passieren, dass die zwischendurch auch ziemlich lange laufen und nichts passiert. Falls das der Fall sein sollte, werde ich hier zwischendurch auch mal ein Cut setzen. Aber nur für alle Fälle, dass ihr Bescheid wisst. Mal gucken, was er jetzt macht hier. Geht er auch gleich zu denen hin? Nee. 28%. 55%. Eieiei. Er hat hier schon gut was wegstecken müssen. Der arme Kleine. So, jetzt sieht es aus, als ob das hier oben gleich weiter geht. Na? Habt da keine Lust zu kämpfen, oder was? Ah, jetzt so. Jetzt, äh, kampfbereit. Jetzt wird spannend. Arco, Kanto, Saus, nur noch 62%. Scorpio, Wenta hat noch 100%. Mal gucken. 78%. Oh, aber er steht gleich Zemmer zu. 55% und 64%. 39%. Haut auch zweimal zu. Oh, das sieht nicht gut aus für den Arco, Kanto, Saus. Nein, er schlägt dreimal zu. Oha. Was? Wie das denn? Und da ist der Arco, Kanto, Saus, als größtes Tier, für den heutigen Kampf ausgeschieden. Eieiei. Okay. Jetzt sind noch Skopi, Wenta und Marjong, Saurus, der hier am Penis. Ey, warum? Magst du mal aufstehen? Du bist doch mitten im Kampf hier, mein Freund. Oh, der sieht aber schön aus, ne? So, auf geht's. Ab zum nächsten Kampf, hoffe ich mal. Das ist hier gleich... Oh, er futtert erstmal ein bisschen. Wer wird jetzt hier, äh, die erste Runde gewinnen? Das heißt, die haben sich beide zusammengeschlossen hier, ne? Die haben geteamt einfach, ne? Einfach geteamt, ne? Nein, Spaß. Das ist natürlich alles Zufall hier. Kann man nie vorher wissen, wer hier gegen wen zuerst kämpft. So, er macht kurz Nikaschen, hat noch 63%. Und Marjong, Saurus hat noch 49%. Okay, dann gucken wir mal gleich, ob wir denn gleich hier den nächsten Kampf sehen. Und Marjong, Oh, wie es aussieht. Ich glaube jetzt, da kam gerade angerannt hier. Kommen wir jetzt zum nächsten Kampf, mal sehen. Nein, die wollen doch nicht so ganz, ne? Die wollen doch nicht so ganz, irgendwie. Trauen sich nicht so. Er ist bei 60% aktuell, 59, eher 76. Geht er sich auch noch einen Snack holen vorher? Mal gucken. Bevor es hier weiter geht. Ja, der Akokantosaurus ist ziemlich schnell ausgeschieden, weil sich beide auf den größeren geschmissen haben. Ja, er holt sich auch noch einen Snack, okay. Ah, dann gönn dir mal den Snack noch. Der pennt einfach hier jetzt so. Oh man, ja man, hab ja gesagt, man braucht ein bisschen Geduld, weil so ein Dreierkampf, ne? Da kann es ein bisschen länger dauern, bis die mal vorankommen. Pennt da auch noch gleich mal sehen. Aber egal, wir sehen uns gleich wieder, wenn es hier weiter geht. Wir wollen nicht kämpfen, meine Freunde. Die streifen jetzt hier schon eine ganze Weile hin und her und brüllen sich nur an. Müssen wir mal schauen, der legt sich auch wieder hin hier. Ah, jetzt so? Jetzt sieht es ganz gut aus. Jetzt haben sich beide... Oder? Ja, mal gucken. Ne, die laufen wieder vorbei, ne? Oder? Die brüllen sich nur an, ne? Die brüllen sich nur an. Komisch, komisch. So, letzter Versuch, mal sehen. Jetzt sieht es, äh, danach aus. Mal gucken. Er hat sich ja schon, er fand ich auf jeden Fall schon gesundheitlich, ne? 44 Prozent. Konstant geht die Gesundheit runter. Okay, jetzt geht's los. Nach langen und her laufen. Ah, das sieht aber nicht gut aus, nur für den Mayungasaurus, oder Mayungasaurus. 37 Prozent. Jetzt mal 17. Ich denke mal, noch einen Schlag, dann ist er futsch. Ja. Das war's wohl für den Kleineren hier. Das hat der Scope Evento gewonnen, der Mittlere. Oh, das Genick. Ei, 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 ei. Ja. Das war's komplett, meine Freunde. Ja, es war ein langer Kampf gewesen, für euch ein bisschen kürzer vielleicht, ne? Werd hier und da mal ein bisschen schneiden, weil die sind schon ziemlich lange, äh, herumgestiefelt. Aber, er hat gewonnen. Scope Evento. GG zum ersten Kampf, meine Freunde. Dann sehen wir uns, äh, zum nächsten Kampf, wenn's wieder heißt, Jurassic Battle, ne? Denkt dran, falls ihr mitmachen wollt, schreibt in die Kommentare, Hashtag Jurassic Battle. Und mit wenig Glück seid ihr dabei. Also, haut rein, bis zum nächsten Video. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Vielen Dank.